ich grüße euch ja ich muss noch etwas dazu sagen ich finde es ärgerlich ich hatte das vor ein paar jahren gehabt da ist dann die lampe oder der schutz der auch noch übrig war gefallen weil dauernd so gemacht hat und durch das türglöschen ich kann es euch immer wieder sagen leute nehmt endlich mal einen verdammten hausschlüssel und sperrt eure tür leise zu weil sowas ist ja echt schon grenzwertig an dummheit und faulheit und ja und dann ärgert ihr euch wenn ich was sag natürlich habe ja recht was zum sagen weil wo kommen wir denn dahin wenn jeder die tür zugläscht oder so trampelt wie ein elefant ich möchte nicht in einer kriegsruine leben wo dann das haus ausschaut als ob das von ein paar elefanten zusammengeschustet worden ist nee und man muss den menschen schon ein bisschen anstand und verstand zeigen anscheinend schaffen dass die meisten wie gesagt auch nicht und es kann einfach nicht so weitergehen dass man hier sich aufhört wie die axt im walde wirklich nicht aber in diesem sinne tschüss bevor man dann noch alles vergeht das